Norddeutscher Rundfunk 2021 Der Körper muss fließen. Ohne Spatnebe ist mir selbst schmatt. Wir sind ja Körper-Mensche. Er hat immer gesagt, wir geben alles. Wir werden unser Leben sogar verkürzen. Wenn wir auch einmal Weltmeister und Olympiasieger wären. Bewegen bis zum letzten Leben. Bewegen bis zum letzten Leben. Alle müssen angespannt sein. Man muss halt andere Waffen haben. Normaler Mensch macht das nicht. Und das sind einfach nicht alles. Ringe auch. Also für mich das höchste, was es gegeben hat. Sommer, Sonne. Brandbar als Jäger. Ein Leben ohne Sport? Nein! Ein Leben ohne Sport